So, genug Kuchen gegessen. Jetzt müssen wir auch mal arbeiten. Ich habe eine Aufgabe für dich. Hier, pflanze noch ein paar Bäume und fäll diese Fläche ab. Ich gehe so lang meinen, okay? Ciao. Ach, endlich fertig. Mal gucken, ob er schon fertig ist. Ich glaube schon, weil das waren ja nicht so viele Bäume. Ach, Hog Rider, wo bist du? Ach, da. Bist du fertig? Ja, aber da stehen doch noch alle Bäume. Was ist denn da? Vivo, kann man eigentlich sein? Warum baust du nur die unteren zwei Blöcke ab? Was machst du da eigentlich? Mach die jetzt sofort wieder hin. Danke an Hog Rider und lasst ein Leck und ein Abo da.